Ich, wir und die Digitalisierung Neuland entdecken, eine Dialogroute durch das Museum für Kommunikation Nürnberg. Wir haben die vorherige Wechselausstellung Hashtag Neuland in unsere Dauerausstellung integriert. Die neue Neulandroute gliedert sich in vier Bereiche. Im Bereich Identität stellen wir die Leitfrage, wer bin ich und wie viele kann ich sein und beschäftigen uns mit den Fragen nach Identität, Profil und Identifikation. Im Bereich Optimierung stellen wir die Leitfrage, gibt es ein Recht auf das falsche Leben? Was ist Scoring, was ist Tracking und was passiert mit uns, wenn wir uns nur noch optimieren, vermessen und bewerten? Im Bereich Kommunikation und Diskurs ist die Frage, wie viel kommunizierende Ichs können wir denn so sein? Unterhalten wir uns überhaupt noch mit Menschen oder vielleicht schon mit Maschinen? Und was passiert, wenn die Kommunikation im digitalen Entgleis Der Bereich Wissen und Orientierung fragt, wie werden wir in Zukunft lernen, wie wird eine Informationsgesellschaft aussehen? Wie verändert Desinformation unsere Bewertungskriterien in der Gesellschaft? Durch alle Ausstellungsbereiche der neuen Unterstellung zieht sich eine Corona-Spur. Die Corona-Spur enthält Beispiele, wie wir uns seit dem Beginn der Corona-Pandemie auf den Wandel eingestellt haben, der zur Folge hat, dass wir sehr viel mehr digitalen Online-Dienste benutzen und wie sich dadurch auch unser Verhältnis zur Digitalisierung verändert hat. Agiles Kuratieren bedeutet schnell und flexibel auf die Umstände zu reagieren. Im ersten Lockdown wurde die Corona-Spur entwickelt. Aufgrund des zweiten Lockdowns haben wir Hashtag Neuland in unsere Dauerausstellung Grund um die menschliche Kommunikation integriert.